so herzlich willkommen zu einer neuen sendung autobelastung test dieses mal dem ich wiederhole dämon autobelastung testen ja heute in der heutigen sendung haben wir den toyota supra turbo da freue ich mich unheimlich drauf auf dieses auto und ja ja die sendung wurde ziemlich verschoben die war ja eigentlich schon vorher geplant aber wir mussten das absagen denn ich der testfahrer naja die heizung in dem honda die war nach der nach dem sprung auf los vegas bereits ausgefallen und daher war ich dann natürlich erkrankt nachdem ich durch das schneegestöber in dem gebirge gefahren bin ja bleibt ja nicht aus war ja zu befürchten ja aber nun geht es mir ja wieder gut nun haben wir auch ein vernünftiges auto ja alles wird gut so natürlich erst mal wieder daten zu dieses schmuckstück allgemeines wollen wir nicht zuerst wir haben leistung immer als erstes also die leistung wenn sie die standardmäßige traktionskontrolle überlisten können bringt sie der supra in tosenden 5,1 sekunden an die 100 stunden kilometer grenze nach kräften unterstützt von einem leichtgängigen sechsgang getriebe dessen schaltwege so kurz sind wie bei einem formel fort rennwagen unglaubliche bodenhaftung und äußerst gutmütige handling manieren machen es leicht aus diesem chassis alles an fahrspaß herauszuholen damit liegt der supra in sachen handling und steuerung in der spitzengruppe aber vorsicht wenn sie aus engen kurven heraus beschleunigen unter vollgas kann und wird das heck versuchen den rest des wagens zu überholen aber kein dünn pfiff das auto ist handling mäßig der reinste hölle im positiven sinne das ding ist absolut stabil und lenkt wie ein gott die höchste schwindigkeit sieht zwar ein bisschen flau aus mit 249 aber oho das ding ist der wahnsinn ok dann geht es zum allgemeinen von den enormen vorderen lufthutzen bis zu den gröppchen von kleinen rücklichtern die sich unter dem mächtigen heckflügel aller f40 zusammenkauern ist der toyota supra ein kraftvolles stylingpaket und er hat die passenden muskeln unter der haube der drei liter reihen sechszylinder mit doppelturbolader liefert satte 320 ps die den supra zusammen mit dem mitsubishi 3000 gt vr 4 zum stärksten sportwagen aus japanischer fertigung stempeln das chassis des supra braucht keinen besonderen schnickschnack sondern bietet einfach das notwendigste das seinem weltklasse handling gehört und vor allem die karosserie sieht einfach mal nur geil aus vor allem das heck ich mag dieses auto unheimlich gerne es ist echt ein klasse auto und 100 9000 mark auch günstiger zu haben als der honda gut die mechanik bitte sehr wie schon alle supra zuvor so wird auch dieses modell von einem reihen 6 zylinder mit gusseisenblock und aluminium zylinderköpfen angetrieben aber doppelte nocken wählen sequentielle doppelturbolader und ein ladeluftkühler in übergröße pushen die leistung bis auf 320 ps hinauf trotz gewichtseinsparender maßnahmen die hohlfaserauskleidung hohlgebohrten bolzenköpfen und einem glasfaser gefüllten heckflügel ist der supra aber kein leichtgewicht unsere waage zeigt ein lehrgewicht von satten 1570 kg an aber dafür doch eine geile beschwundigung aber seht euch die gangbesetzung an der sechste gang dieser scheiß 250 kmh limiter das gibt ihm natürlich eine unglaubliche luft nach oben was die höchstgeschwindigkeit anbelangt allerdings ist es natürlich schade dass wir diesen limiter haben und es wäre natürlich mal interessant gewesen zu wissen was dieses auto ohne limiter an höchstgeschwindigkeit packt aber wir sind das dem und motor magazin und ja meine damen im swimming pool die ja die können die können den limiter leider nicht entfernen dafür sind wir zu professionell das geht nicht ja also wird der limit natürlich drin bleiben denn soweit geschult sind die noch nicht also das ist ja so ist das meine mechaniker meine damen im swimming pool die die können das nicht das ist so müsste verstehen die müssen da erstmal noch ja das sind das ist dafür sind erweiterte erkenntnisse erforderlich ja müsste ich bedanke mir auf jeden fall für euer verständnis dazu so ja ist nämlich ein bisschen kompliziertere geschichte da muss man nämlich mehr tun als das auto zu fahren zu können ja okay geschichte die wurzeln des supra reichen bis ins jahr 1971 zurück als toyota ihr neues ökonomisches vierzylinder sportcoupé vorstellte die chenica acht jahre nach der premiere entschloss man sich eine stärkere version mit 2,6 liter reihen sechs zylinder herauszubringen einer weiterentwicklung des kressida motors das neue modell supra getauft gab toyota bessere markt chancen gegen andere ökonomisch ausgerichtete sportwagen wie mazdas rx7 oder den nissan 280 zx im verlaufe der nächsten beiden generationen durchschlief der supra einige recht konservative design und technik änderungen erst 1993 stellte toyota ein komplett neu durchgestrahltes modell vor die leistungsdaten des neuen supra katapultierten ihn an die spitze der japanischen sportwagen elite und in einen heißen wettbewerb gegen das beste was der europäische und amerikanische markt zu bieten hatte und der toyota supra turbo ist auch wirklich das auto was ich von toyota wirklich hübsch finde ansonsten bin ich ja eigentlich nicht so sehr der toyota fan muss ich ganz ehrlich sagen aber der supra der ist schon wirklich verdammt nice vor allem das heck und der innenraum ich hatte ja mal ein supra bei unserem expert gesehen in dunkelblau und sagen wir es mal so ich wäre am liebsten eingestiegen und losgefahren vor allem der innenraum der wirkt in diesem spiel bei weitem nicht so gut wie er in echt aussieht also wirklich hammergeil und das heck alleine auch hammergeil das auto wirklich richtig richtig gut jo okay dat video jo Untertitelung. BR 2018 Und habt ihr es gesehen? Skidpad 0,98. Was hatten wir beim Honda? 0,87? Ja, geht aber gar nicht. Also, der Wagen lenkt. Aber das kennt ihr ja auch schon vom Let's Play und vom Walkthrough, dass das Auto lenken tut. Denn da sind wir schon der Gefahr. Der ist ja nichts mehr Neues für euch. Aber natürlich muss dieser Wagen auch durch den Belastungstest. Das ist ja ganz klar. Ja, ich liebe dieses Heck. Dieses Heck. Dieses Heck einfach nur. Es ist einfach nur geil. Ja, das Auto ist einfach nur geil. Okay. Genug geschwärmt. Zurück zum Hauptmenü. Ja. Und dann geht es auch mit der Autumn Valley los. Aber dann müssen wir eben... Dieser Rennkurs unterscheidet sich ein wenig von den... Auf das umstellen. Jo. Das war es mit den Schaufenstern. Und dann geht es gleich in Kürze los. Dann kommen wir zur ersten Strecke. Dem Racing. Dem Racing-Test. Und das Ganze... Genau so war das ja immer. Und dann hoffe ich mal, dass ich genug Übung habe. Genug eingefahren bin. Schauen wir mal. Jo. Los geht's. Ja, wie er innen aussieht, kennt ihr ja schon. Dann wollen wir mal das Racing hier machen. Und Leute, dieses Auto ist ein Genuss. Macht Platz, Porsche. Ich darf doch mal, ne? So. Drei Runden Racing wieder. Ja, Leute. Das ist mal ne Lenkung hier. Da habe ich doch glatt vor Schreck den Ferrari weggerammt. Boah. Ja, Leute. Das ist schon was anderes im Vergleich zum Honda. Ja, also die Lenkung ist mal ne glatte Eins. Das ist ja Fahrspaß pur. Boah. Boah, Leute. Jungs. Das Auto ist ne Wucht. Das gibt man glattes sehr gut. Mal gucken. Wow, 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 wow. Der schafft das Ding doch glatt mit Vollgas. Wow, shit. Ich habe zu hart Gas weggenommen. Da hätte ich viel schneller rumfahren können. Leute, ist das denn geil? Wow. Und seht euch das an, wie es Speed wieder rumkommt. Oh, scheiße, den habe ich nicht gut gemacht. Das macht meine nächste Runde besser. Da habe ich, da habe ich, das war, das war, das war, das lag an mir. Das war mein Fail. Uiuiui. Wie man hier um die Kurven preschen kann. Also den Test meistert er mit Bravour hier. Ein absolutes sehr gut. Und seht euch das an, was man mit diesem Auto für Scheiße anstellen kann. Guckt euch das an. Da hat der Ferrari Scheiße gebaut. Damit hat er da das Lenkrad gebissen. Weil so viel Performance, wie aus diesem Auto herauszuholen ist. Der hat das Lenkrad gebissen vor Schreck, wie gut ich die Kurve gekriegt habe. Eht, das ist nachvollziehbar, ne? Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob wir es... Aber ich glaube, türkis war der Ferrari. Ja, der hat vor Schreck ins Lenkrad gebissen. Das passiert schon mal, wenn man so eine gute Leistung hier ablegt. Ja, mit diesem Auto. Jo, ne? Besser als der Lamborghini und so. Vor allem, das ist so geil, dieser Faschmaß. Leute. Ihr müsst euch das geben. Vor allem, wie geil das ist, der Wagen, der zum Abheben hier sogar springt und zum Abheben neigt. Und... Boah. Ach, fuck, ich versau die Kurve immer. Na gut. Aber ich bin auch ganz perplex mit dem Handling hier. Das ist ja gierig, geil. Wow. Das ist Fahrspaß pur. What the fuck? What the fuck? Da liegt ein Ferrari. Da liegt ein Ferrari am Straßenrad. Auf dem Dach. Der hat aber wirklich ins Lenkrad gebissen. Okay, wir wissen Bescheid. Es war der Ferrari. Der hat ins Lenkrad gebissen. Oder war das der... Ach nee, das war bestimmt noch der Crash, wo ich ihn weggekramt hab in der ersten Runde. Ja, bei Customstrecken bleiben die ja liegen teilweise, wenn man sie crasht. Ja, da war ja aus. Die bleiben bei Customstrecken liegen, wenn man sie crasht. Und ja, jetzt wissen wir, wir haben den Ferrari mit unserem Crash eine erste Runde aufs Dach gelegt. Ja, gut, shit happens, ne. Mein Supra hat eben halt Platz haben wollen. Und seinem dicken, fetten Arsch, ne. Naja, da passieren die Unfälle schon mal. Hier ist ein Praktikant im Supra, den müssen wir mal überholen. Und wegraben natürlich, habe ich auch erfolgreich gerade gemacht. Ja, eigentlich schade um die Supra, aber gut, der Supra ist ja eh schon am Ende, weil der Praktikant... Boah, der will abheben, man merkt das richtig. Ne, aber diese Schrägkorps, wenn man die richtig Vollgas schon schnell nimmt, dann... Äh... So, das haben wir die auch mal gut genommen. So. Alter, das ist ein mega gierisch. Boah, wie man hier noch mit 160 rumkommt. Der Honda kann da nur von träumen. Aber gut, wir haben das Rennen gewonnen. Aber man mag gar nicht aufhören, weil der Vorspruss einfach so gierig ist. Aber gut, wir halten hier an. So. Und dann gehen wir mal aus dem Rennen raus. Boah. Leute. Das ist der pure Adrenalin. Das ist der pure Wahnsinn. Boah. Das ist einfach nur... Stehen die Rundzeiten jetzt zufällig? Ja, tun sie. Boah. Boah, Leute. Das ist der pure Adrenalin-Kick. Das ist der pure Wahnsinn. Boah. Boah. Also, ich denke mal, da hätten wir mit der... Wenn wir diese... Nicht-Versauen mit der von Vollgas rumfahren. Ich denke, da ist locker eine 1... Ich weiß nicht, 1,32, wenn nicht sogar 1,30 drin. Boah. Also, das war einfach nur geil. Boah. Boah. Leute. Dieser Adrenalin-Kick. Dieses... Vor allem, wenn diese... Schrägkurve kommt. Diese Linkskurve. Das... Da kann man... Tatsache mit Vollgas rum. Und das Geniale ist, dass der Wagen am liebsten ausbrechen möchte, aber sich dennoch irgendwie so fängt. Also, der hält sich stabil. Aber will aus... Aber ist... Ist leicht instabil. Das ist total geil. Das Wagen fühlt total geil. Das ist... Das ist... Das ist... Also, das ist wirklich ein geiler Fahrspaß. Das ist so geil. Genial. Eine Schrägkurve. Also, der Fahrspaß ist enorm. Also, dieses Auto hat in diesem Test ein sehr gut in Fahrspaß und in Handling abgeliefert. Bravour. Also, sowas von genial, sag ich euch. Also, also, den Renn-Test hat er wirklich schon mal sehr, sehr gut abgeschlossen. Und ich kann euch in dieser also, da kann ich euch das Auto schon mal wärmstens empfehlen. Die 0,98 G Wendekreis merkt man total. Und es ist einfach nur ein purer Genuss. Ich bin, ich bin den Wagen ja teilweise sogar zu schlecht gefahren. Denn man könnte dann auch nach der Schrägkurve, da muss man gar nicht so viel brennen. Man könnte noch mehr ins Limit gehen. Aber wenn man dann in diese Rechtskurve reinfährt, dann hat man auch das Gefühl, dass der Wagen springen will. Der will, also man spürt das Auto auch regelrecht. Also, wirklich super geiles Auto. Das muss man wirklich sagen. Also, das Auto ist echt geil. Wahnsinns geiles Auto. Auf alle Fälle. Ja, damit haben wir den ersten Test mit diesem Auto ja schon abgeschlossen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Rasti Springs, die nächste Testdisziplin für diesen Supra Turbo. Und dann werden wir entdecken, ob der Wagen auch eine stabile Straßenlage behalten kann, wenn es denn mal an die Sprünge rangeht. Wie stabil? die Achsen sind. Ob die Achsen das mitmachen, wenn ihr vom abgesenkten Bordstein runterfahrt. Nicht, dass sie dann gebrochen ist. Das werden wir dann beim nächsten Mal erfahren. Nein, ich will keinen Wettbewerb machen. Ich will einen Zeitfahren machen. Das werdet ihr dann beim nächsten Mal erfahren, wenn es wieder heißt, Dämon Auto Belastungstest Motor Magazin. Bis dann. Bye, bye.